Was geht ab, Leute? Euer Frapsysi und zwar heute mit einem neuen Shop-Video. Wir checken auf jeden Fall hier gemeinsam ab, was wir heute in den Shop bekommen werden. Ich hoffe auf jeden Fall, dass Ghoul Trooper reinkommen wird. Aber, Freunde, dann sollten wir lieber keine Schwäche zeigen. Bevor es da weitergeht, Freunde, gerne den Supporter-Credit-Grupp-F18 und die Y-T eingeben. Und natürlich gerne die Videobeschreibung, auch für super günstige Game Keys und so weiter und so fort. Die ist das Ananas. Checkt einfach mal ab. Jetzt aktualisiert das Ganze. Ich habe keine Lust mehr bekommen, Freunde. Mir geht es nicht gut. Huuuuh. Uuuuh. Was? Was ist das denn, Digga? Was ist das denn, Digga? Naja, fangen wir auf der rechten Seite an. Wir haben den Emote geschmeidige Moves erhalten. 36 Tage ist es her. Ähm, ja, Freunde. Ähm, ist kein Muss, ne? Je nachdem, ob es euch gefällt oder nicht. Dann, Leute, haben wir hier auf jeden Fall so ein Halloween-Emote bekommen. 350 Tage ist es her. Gönnt ihr Süßes, Freunde. Kann ich euch nur empfehlen. Wird auch höchstwahrscheinlich selten bleiben. Genauso wie alle anderen Sachen eigentlich. Blendend ist wieder am Start. 69 Tage nicht drin gewesen. Finde ich jetzt nicht so unbedingt nice. Habe ich mir bis heute nicht gekauft. Finde ich irgendwie nicht anziehend. Dann haben wir für dieses... Ne, 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 ne. Nicht für. Wir haben 90 Tage lang diese Lackierung nicht erhalten. Ist okay. Ist halt was anderes halt. Diese Lackierung ist so extravagant, würde ich jetzt mal sagen. Wie gesagt, 90 Tage lang nicht drin gewesen. Dann, Freunde, haben wir diesen Emote hier. Staub von den Schultern. Werde ich mir gönnen. 71 Tage war da nicht drin. Habe ich mir damals nicht holen können. Jetzt werde ich mir den auf jeden Fall mit Herz gönnen, Freunde. Richtig nice. Wir haben auch den Matchball-Skin hier am Start. Nach 46 Tagen. Schaut echt nice aus. Ich finde die auf jeden Fall hübsch. Kann man auf jeden Fall auch mit arbeiten. Und ja, also wer mag, soll sich das Ganze zulegen. Soviel auf jeden Fall schon mal zu der rechten Seite. Ich würde sagen, dass wir jetzt mal kurz zu der linken Seite kommen. Wir haben hier natürlich die Basketball-Skins. Über die haben wir natürlich schon gestern geredet. Da brauche ich auch, denke ich mal, safe nicht näher einzugehen. Das erklärt sich auf jeden Fall von selbst. Ich persönlich mag den hier, also den männlichen. Wer mag, kann sich den natürlich gerne zulegen. Aber ansonsten ist es natürlich kein Muss. Heute haben wir eben so nach einem Jahr halt die, ja, Halloween-Skins, die beliebtesten, bekommen. Und zwar Schädeltrooper. Gibt es jetzt halt in der weißen Version. Die sieht echt nice aus, muss ich ehrlich gestehen. Persönlich gefällt sie mir extremst. Haben auch passend dazu so ein Rücken-Accessoire. Grinsender Ghoul. Dann haben wir die Schädelsichel am Start für 1200 V-Bucks. Auch ganz nice. Hat auch einen echt coolen Sound, ehrlich gesagt. Und Freunde, Sargsegler ist auch da. Dann, oh, jetzt haben wir eine vergessen oder was? Hoch, ja, vor einer Schädel-Ranger haben wir auch am Start, ne? Finde ich auch ganz nice. Richtig cooler Skin. Kann man auch auf jeden Fall mitarbeiten. Dann würde ich sagen, dass ich jetzt mal hier zukomme. Der Unterdrücker-Skin ist wieder da, Freunde. Nach 35 Tagen, also fast einem Monat. Ich finde den auf jeden Fall ganz cool. Auch die blaue Version, die finde ich echt nice, Freunde. Auch das Rücken-Accessoire dazu. Mega cool gemacht. Das ist auf jeden Fall einen legendären Skin wert. Beziehungsweise die Bewertung hier von dem Skin ist absolut fair. Dann haben wir passend dazu noch eine Lackierung für 500 V-Bucks. Auch ganz in Ordnung eigentlich. Kann man auf jeden Fall auf die ein oder anderen Sachen draufpacken. Schaut dann bestimmt ganz interessant aus. Und dann haben wir noch die Spitzsack hier dazu. In der blauen Version sieht es auch auf jeden Fall übelst nice aus. Dann, Freunde, haben wir heute einen Halloween-Skin erhalten. 330 Tage lang war dieser nicht mehr drin gewesen. Kann man sich auf jeden Fall auch zulegen. Je nachdem, wenn es gefällt oder nicht. Ich habe sie mir damals gekauft, weil ich wusste natürlich, dass es selten wird. Und, Freunde, der einzige Nachteil, den ich hier leider sehe, ist halt, dass die nicht so hübsch ist. Und dass halt schon oft diese Scans reingekommen sind. Beziehungsweise halt, es gibt hunderte Arten von denen. Soviel auf jeden Fall schon mal dazu. Ich würde sagen, Freunde, dass wir direkt mal in den Ready-die-Welt-Shop gehen. Währenddessen, wie gesagt, checkt gerne die Videobeschreibung ab, Freunde. Dort findet ihr den Link zu meinem Partner Instant Gaming. Könnt ihr euch sehr günstige V-Bucks, Game Keys oder sonst was gönnen. Schaut da gerne mal vorbei. Würde mich mega freuen. Jetzt Ready-die-Welt-Modus kurz abchecken. Und dann war es das auch schon hier mit dem Shop-Video. So, Leute, wir haben das. Es ist eine Falle-Lama erhalten. Ist nicht so gut. Lasst ihr über die Finger davon. Hier ist noch weiterhin alles gleich geblieben. Ich verabschiede mich dann in die Hand der Stelle. Würde dann sagen, Freunde, wir werden uns im nächsten Video. Haut rein, geht mit euch, euer Fraps. Und ciao.